um ich vermöre mich schon wieder du klingst wie der Hater ey ja tut mir leid sehen wir das sieht nicht schön aus immer wieder ja lauf hier in den Haus rein genau Bau was ab mach mach geh in dein Haus bleib da drinnen und komm nicht raus nein das hat sich gerein hier irgendwo in der Nähe ist ich brauche also ich erschrocken ich habe mich vor dem schlechten Witz erschrocken ja und so zu mir Max Max wachse 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 ja genau lauf dahin oh ja ah das ist gut oh ja genau super oh ja ja oh ja genau 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 ja genau auf diesen Hügel genau wow 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 was ist das denn alt habe ich mich erschrocken boah habe ich mich erschrocken als dieser Aufprall kam ja komm her versuch mich zu kriegen komm doch her ja komm her ja komm her ja was schon noch weiter na komm her mich kriegst du nicht es bringt ihn ein ein hat 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 was 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 das ist nun wirklich mit der schöne die weg ich finde du bist du das scheiße weg verschwinde ich kann schwimmen du nicht oh Gott vielleicht richtig ich ich ein bisschen die Tippensäcke wieder ich möchte es tatsächlich wirklich bald tatsächlich wirklich bald tatsächlich ähm ja 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 mein Haus ist zum Beispiel Kohle ja hinten in der Ecke das sind ganz ganz viele Kohle die Sehnspil Köln und ich finde das sieht gut aus vielleicht bisschen zu ruhig ne ach stimmt aber aber ich darf ich dich nochmal schlagen Nein warum weil ich es in den Knochen einmal warum warum sollte ich hier das erlauben warum weil ich dich hasse du kannst mich nicht hassen ich hasse mich selber auch schon aber also darf ich hier zum Schlagen nein nein genau über die ich weiß dass er auch zu tun ist mit kann mit kann er kann er kann er ist er ich habe mich nicht nicht passt mit sich operatoren verdammt das war das war tut mir leid das war hatte ich repariert ich reparier es keine Frage das bleibt schon wieder das sollte so ein überraschungsangriff sein weißt du diese nacht wird mies ich warte bis ein creeper kommt und dann lock ich ihn zu deinem haus dann gehe ich offline um die Kinder spielen noch draußen und er ist schon drin und auch von meinem Haus um Mö werden ich schlafen was hat das denn und nicht mal hinlegen Okay, okay. Gib mir wieder mein Bett zurück, los! Das ist mein Bett. Nein. Na gut, dieses Spiel kann man noch zu zweit spielen. Ich weiß, ich bin bei dir. Ich stehe eigentlich gerade nicht, wie du bist. Ich bin in deinem Haus und schlafe also. Geh aufschlafen oder geh komm zur Oberkursung. Das ist jetzt mein Haus. Das ist nicht dein Haus, das ist mein Haus. Und ich beanspruche es für mich. Hey, 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 das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Oh, Mann. Du solltest die Tür denn bauen? Bitteschön. Amateure. Überall Amateure. Das wird sich verarschen, ja? Das ist nur Barriere, damit keine Monster reinkommen. Oh Mann ey, das ist ja genau super ey. Wo ist der Zombie denn? Ich bin in der ganzen Tag. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich bin in der ganzen Tag. die das jetzt spielen aber auch wenn es nicht mehr und ich habe den Weg mit die Besserung ich bin ich jetzt um mich noch kurz nach von einem die Bündigung sie wie ich hab die Stoffe nicht eingeschaltet gut und ich sage ich werde die Aufnahme jetzt Kau 1 wie es aussieht aber immer wieder sein immer wieder rein die Hütte ist welche reingeht immer da rein ja und bleibt auch okay die Gitarren Gitarren muss die Dachau bleibt da Soll ich jetzt rauskommen? Na, ich geh wieder raus. Die Befehlen allen Mächten meiner Kraft, diese Tür zu öffnen. Dann re!' Und jetzt diesen Block zu zerstören, nicht rauszugehen. Hey, 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 das saufst du nicht hin. Tu zei jetzt wieder rein und trust die Block wieder hin. Das ist ein Befehl, ein Befehl. ich denke ich gar nicht zu machen ich habe mich eingesperrt eigentlich wollte ich auch wenn ich nicht so dass man es wird die Zerstörte Türen die beiden und die auch noch was verstehst und auf die Türen ich habe keine Erziehung genossen jetzt bist du noch sicherer sieht doch schöner aus